Moin moin du Milchreis-Fan! Wir haben 100 Omis gefragt, was im perfekten Milchreis-Gewürz nicht fehlen darf. Die Antwort zeige ich dir jetzt. Tada! Das Ergebnis! Feinster Cylons sind aromatische Tonkabohne, karamelliger Rohrohrzucker und fruchtig-orange Schalen. Oder anders ausgedrückt, unser Classic Milchreis-Gewürz. Und glaub mir, es rundet auch dein Milchreis perfekt ab. Alle Zutaten sind natürlich wie gewohnt in bester Bio-Qualität und sogar noch vegan und glutenfrei. Die Anwendung ist super simpel. Rühre das Classic-Gewürz einfach während des Kochens unter dem Milchreis oder nutze es als leckeres Topping. Wie du dein Milchreis übrigens so richtig cremig in die Schüssel zauberst, erfährst du natürlich in den leckeren Rezepten aus unserem Reishunger-Rezeptbuch. Verrate uns unbedingt, wie es dir geschmeckt hat. Wir wünschen dir viel Spaß beim Kochen, guten Milchreishunger und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017